Warum du mit diesen drei Outfit-Tipps sofort viel schlanker und schöner in deinem neuen Kleid aussiehst, verrate ich dir gleich. Doch zuvor noch der Hinweis in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich dir, wie du dieses Kleid bis zu 87% günstiger halten kannst. Und nun zu den versprochenen Outfit-Tipps, denn diese erfährst du, wenn du jetzt hier oder unterhalb von Mito auf den Link klickst und da gelangst du zum Komplett-Outfit rund um mit den ganzen Tipps und Tricks mit den schönen Outfits-Lasses-Fars. Klicken! Unterhalb vom Video findest du einen Link, wo du draufklicken kannst und direkt zu den krassen Sails zu diesem schönen Kleid gelangst. Okay, letzte Chance. Wenn du jetzt zum Outfit klickst, verspreche ich dir, habe ich noch eine spannende Überraschung für dich. Bis zum Outfit-Tipps!